moin moin meine lieben leute willkommen zurück auf meinem kanal zu einer weiteren folge psychonauts wir müssen zum vergessenen wald um diese bienen zu finden die wir hier gibt es das sind hier so komische reiz hier rücken drauf können wir nicht drauf kommt schon komische hasen okay gut campingplatz lagerfeuer ist noch die karte gucken sind fragwürdig gebiet jetzt waren wir gerade hier bei diesem park da muss es da oben ja weiter geht das lagerfeuer ich habe richtig geguckt das lagerfeuer ist da oben da geht es auch richtung verbotenen wald gut dann laufen wir da links mal hin die sprache schon fast weg hier so eine warnung verbotener wald drück fester auf deine schläfen lehre deinen geist dann trete ich auf das heiße das du dir vorstellen kannst das glaubt mir nicht was sagt die ein Hey Norma, was machst du hier mit meinem Vater? Oh, ich bin sorry, Raz. Ist das mein... Oh, ho, ho. Siehst du das? Wie kann ich nicht? Es hat Feuer. Ein bisschen. Herr Aquato, du hast dann fast ein Forrest-Fier startet. Na, ich weiß nicht, was ich da. Ich weiß. Du hast mich wirklich Angst. Na, sie ist ja eine kleine Schleimerin. Oder oben ist eine Karte, die Hunde uns doch glatt. Können wir da hochkommen? Ja. Wo geht's denn dahin? Wir gehen noch mal kurz hier längs. Okay, hier kann man einiges finden. Ich sehe... Was ist denn diesen Weg hier? Nein, wir sind diesen Weg hier. Oh, das habe ich nicht bekommen. Das ist ja blöd. Na gut, aber das können wir noch mal danach machen. Erstmal ist es wichtig, dass wir in diesen paar roten Wald kommen. Warnung? Mann, dieser Teil des Waldes ist mir die Heebie-Jeebies für einen Grund. Der vergessliche Wald ist nicht Teil des Weizenzentrums und den Fragegebiets und wird da nicht über unsere Sicherungspolizei abgedeckt. Da, gehen wir einfach rein. Okay, sieht ein bisschen Fenster aus. Ein bisschen schrecklich. Frasie? Ich weiß, dass es dich ist. Ich bin nicht stupend. Oh. 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 Ah, krud, es ist du. Ich dachte, ich habe endlich einen Kriter. Warum stehst du? Sie sind nicht dich? Ich bin mit Compton Bull. Er hat mich hier rausgebracht, um ihn zu holen. Ich weiß nicht, ob du solltest du holen an Agent Bull bringen. Er ist ein Freund von mir, aber diese Familie kann ein bisschen... ... auf die Tiere sein. Oh? Und du hast nie einen Kriter, Natur-boy? Uh, das ist das, was ich dachte. Anyway, es ist kein Wunsch. Ich muss in die Vergangenheit in die Vergangenheit für irgendwelche guten Tiere. Und da ist keine Chance, ich gehe in da. Warum? Telekinetik-bears? Hat niemand gesagt, was du? About die Green-Needle-Witsch, die diese woods haunts? Ihr Mutter war ein Banshee, und ihr Vater war ein Porcupine. Ich weiß nicht, sie liebt die Kinder und sie zerstört. Nein, sie liebt die Kinder. Sie folgt sie durch die Forst, und wenn sie sie catcht, sie sie ein großes Hügel. Das ist nicht so... ... impaliert sie auf ihre Knie. Fülliert sie mit Hohen. Okay, wenn du mich jetzt aufhören kannst... Children beware, sie ist da, sie ist da. The Green-Needle-Witsch has waited. She wants a hug. Don't dare, don't dare. Or soon you'll be perforated. Ich habe einen starken psychischen Gefühl, dass Lizzie und Nora, unsere Brüder, sie sind eine Zartschau, auf jeden Fall. Zuling-Betection ist eine der weniger zerstörteren Technologien im Psychonauts-Spielbuch. Der typ, die nicht für die Badge geben. Ich sehe hier irgendwas übersehen hier oben. Deswegen höpfe ich hier gerade mal so blöd längs. Aber ich sehe, kann man hier auch schon wieder... Warum kann man hier hinspringen? Ist hier irgendwas besonderes? Hier nichts. Man kann hier längs vorhinden, ne? Nein. Da sind die Bienen. Da sind die Bienen. Da sind die Bienen. Sie sehen wie ein großartiger Ort, die Bienen für Compton zu bekommen. Das wollen die bestimmt nicht. Yes, wir haben sie. Oh, ich habe drei. Even besser. Das wirklich besser ist? Oh, oh. Nicht so schnell. Lizzie? Hm. Hey, das ist scharf. Das ist die Green Needle Witch. Wo ist sie? Nein. Oh. Was jetzt? Oh nein, jetzt muss ich mich schon gleich steuern. Gut, auch nicht. Oh, oh. Nicht so gut. Haha. Oh, schon wieder. Dann bringen wir das jetzt für den Typen zurück. So, wir bringen die Karte zurück, um, äh, beziehungsweise die Karte, wir bringen die Bienen zurück für den Typen, der uns die Karte fürs Bowling Center gibt, damit wir den zweiten, ähm, Agent Cruelader beschnacken und befragen können. Weiß immer, wie wir die machen sollen, das weiß ich immer noch nicht. Aber wir können auch direkt hier reingehen, in sich gerade. So. Ist die Frage, wo der war, wo war denn dieser Typ, der war doch draußen, in diesem, dort war der, ne? In der Psychositionskammer, da gehen wir hin. Wollen wir nicht den ganzen Weg laufen, dauert auch zu lange. Ich liebe diese Flamingos, die sehen einfach nur geil aus. Ein bisschen tumpig, aber cool. Hi. Nee, mit ihr dürfen wir nicht reden, das ist ganz, gar keine gute Idee. Äh, war in der falschen Richtung, würde ich sagen. Wollten ja nicht raus. Da wollen wir hin, haha, na gut, so. Hui. So, wo ist er? Da. Bim, 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 bim. Ich weiß gleich, was er mit dem Bienen will, aber wir haben sie für ihn. Oh, Gott. Schu, 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 get out of here. I got extra. They seem frankly. Oh no, don't all talk at once, please. I can't take it. I can't. It's too much. Too much. Oh no, don't explode. And don't explode me. Agent Bull? Ah. Das stimmt nicht, soll ich diese Bienen töten? Kann ich in ihren Verstand rein? Would you mind if I made a quick and very quiet, uh, wellness check inside your mind? Ah. Scream once for yes, I may enter your mind, and twice for no. Ah. Great, out of my way, bees. Ah, guck mal. Hab ich schon gedacht, dass wir irgendwie sowas machen müssen wieder? Ist auch der Sinn, der spielt. So, wenn ihr Lust habt, abonniert mich und haut auf die Glocke. Dann verpasst ihr kein Video. Dann würd mich freuen. Wollen wir schon Werbung zwischendurch für sich selbst machen? Macht Sinn. No, not yet. I'm not ready. Cass is not here. Wie bitte? Not ready for what? Dinner. Uh oh. Let me guess. We are on the menu? No. Worse. Judgment. Oh, nicht gern. Ungewöhnlich grausam. Please remain standing. If you're able. Uh oh. Oh. Jetzt die Frage, was können wir da gegen ihn machen? Mmh. Können Hammer wegnehmen? Ah. Kriegst du den blöden Hammer? Oh. Okay. 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 Scheint ich nicht ein Spiel, klein. Boom. Oh nein, 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 nein! Was denn jetzt? Oh oh, was passiert hier? Oh, was ist das denn? Eine Quizshow? Ram It Down, na gut. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Er ist nichts ohne Cassie. Und er ist der schönste. Oh, was ist das? Oh. 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 Okay. Ha ha ha! Die wertvolle Preise aus der Mystery-Box. Die Mystery-Box, wuuu. Was sagst du? Denkst du, du bist auf der Challenge? Pff, klingt einfach. Wir haben das geschafft. Genau, Partner? Okay, machen wir es alleine. Ja, was habe ich erwartet? Gut, wenn wir erstmal ein Ei haben. Der Chef hat das Ei. Oh, es ist passiert! Lass uns mal sehen, was du mit dem tun hast. Oh, nein, 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 nein. Wo war das? Wo war das? Zum Kochen? Das war doch da drüben, ne? Oil mich, koch mich, fröh mich, was auch immer. Halt mich auf die TV. Du bist auf die TV. Wir haben das geschafft. Ich glaube, ich hätte hier rüber gesprungen sollen wahrscheinlich. Oh, ja, 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 ja. Okay, warte, wir müssen ja ein neues Ei haben. Okay, wir nehmen mal einen mit. Okay, so geht es. Okay, okay, okay. Nein! Oh, gut festhalten. Okay, geht's hier rein? Achso, ihn können wir hier unten noch lassen, ein bisschen? Okay. Und Zwiebeln? Und das Zwiebeln hier? Auf! Okay, da müssen wir ziehen dran, damit er das klein schneidet anscheinend. Oh, warte mal. Wo? Ah, ein Dings, den müssen wir auch holen. Warte. Mann! So, gucken wir kurz. Mag alles. Ich wollte nur helfen. Ja, das wollen sie alle. Okay. Hey! Quick, hit that button Chef! I'm ready for the knife! Nein? Hey? Okay! Ich habe das Oeck! Der Job ist schockt! Vielleicht wird dieser Chef den Pferdschöpfers Axt und Hup Mal sehen, was er macht, während das Oeck Halt mich auf! Ich lege dich! Das ist mehr, als ich dachte, ich hätte Ich hätte das besser gemacht Wenn ich in der Slicer wäre Ingrädiate in Position Jetzt muss man schnell den Pferdschöpfers Hup Warte Warte Was könnte passieren? Ich kriege diesen Button noch runtergedrückt hier Was habe ich noch für Sachen, was ich machen kann? Hä? Ich habe keine Ahnung, wie ich den drücken muss hier Nochmal Wenn er diesen Button schlägt, das Koffeln beginnt Wie drücken ich diesen Button hier? Hä? Hä? Achso, warte Ne Auch nicht Also Okay Jetzt hackt er Das reicht nicht Warte, ich muss nochmal Oh Warte mal Warte mal Ich glaube, das ist verkehrt nicht gemacht habe Aber Ich habe trotzdem noch das Ei zu machen Oh Ich muss ein aufholen Ich glaube, das ist schon mehr als durch das Ei Naja, egal Oh Wir haben ein tolles Team Wir machen ein tolles Team Mal sehen, ob wir es auf die Pläne bringen können Da schaffen wir Schnell runter Wir haben 10 Minuten Zeit für das Gericht Das ist natürlich sehr viel Zeit Wenn man wüsste, wie man es macht Machen wir soll es So Und jetzt Und jetzt Er hat alle diese Ingedienste Wenn der Chef nur diesen Button aufhören Dann können wir die Präsentation beginnen Machen wir Wir haben es gemacht? Ich bin nicht sicher Wir werden es finden Ich bin gespannt Ich bin sehr gut Ich bin richtig Ich bin gerne Ich bin Wir sind Sie können einen Tag verdient Oder einen Arte verdient Ooooooh Reveal Die Die Schraube Ein Also, was wir gemacht haben, ist, dass wir eine Ecke genommen haben, und wir es in die Wasser genommen haben. Dann haben wir die Idee, dass der Chef die Idee zu verabschieden, um genau den richtigen Moment zu verabschieden, um ein Gefühl von, ehm, einem Lungen in der Yolk, wenn du willst. Du, was? Wir denken, dass es wirklich verbessert, die Nose-Feel der Komposition. Hm, kompilent. Bone-Epic. Und? Hmm, surprisingly acceptable. Okay, wir haben es geschafft. Das ist nicht alles. Mit dem Ende des Zeitlimits, hast du die Mysterybox öffnet. Okay. Ich war halt ziemlich schlecht. Okay. 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 Du hast es geschafft. Wie fühlt es sich? Ähm... Well... Fantastisch! Gut, bereit. Denn es ist Zeit, für dein nächstes Dich. Genau nach dieser kommerziellen Message. Das ist nicht sehr, super. Nein, weg hier, weg hier, nein. Oh, verdammt. Wie schnell war das denn auf einmal zu Ende? Okay, wir müssen es nochmal machen. Well, don't just stand there resting on your wall. Können wir springen? Los geht's. Können wir springen? Los geht's. Nein! Rennt hier an der Kante vorbei, das ist ja auch dumm. So, kommen schon mehr, ne? Zeit für Justiz! Oh. Mein Baby! Da du Penner. Oh. Oh, miss. Die haben fast gar kein Leben, ne? Da hält es aber. Klausel muss nicht badger die Gabel. So. Hm. Oh nein, gehen. Schleim bringen. Da kommt's. Da ist es. Hei, 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 der war aber auch ein bisschen überfällig. So. Schön Werbung. Agent Poole. Agent Poole. An important thing to do when you're living in the ground is to take breaks. So before I push that. See Agent Poole? You can do it. Next one won't be so easy. You got that right. For your next dish, you'll be creating a strawberry jam croque madame. You'll need to boil another egg. Ha, easy. Take some bread. I've already risen to the occasion. Slice it up. Bread's much nicer once it's been through the slicing. Okay, Brot schneiden. Brot schneiden. I'm getting ready to rip it, flip out. Oh, what about the strawberry, huh? Hey. Ha, ha, ha. Glad you asked. We'll need not just any strawberry, but a strawberry that's been blended. Someone call for patty puree? All right, monsieur. It's time to show us your best madame. I wonder which ingredient he'll select first. Okay, because of him. Come on, you won't be disappointed. And where's the best way to get my juices out? Da. Careful, I lost an arm in there once. Once a good taste human flesh. Oh, it's the relationship. Okay. Okay. Why don't you come up and see me sometime? We're moving blades razor sharp. What could possibly go wrong? I wonder if I should work on something else instead of waiting. Yeah. Yeah. Können wir machen. Können wir uns hier. Können wir uns hier. Ich glaube, ich höre etwas. Ja. Das ist... Ich bin leichter, als ich schaue. Right? Es ist die ganze Zeit. Yes. Wir weilen uns. Tü-tü-tü. So, hier hin. Oh, Pars. Oh, gut. Aber will er erinnern, um die Akzeption zurückzuholen? Ja, klar. Ah, er weiß ich auch noch, wo das ist. Schon noch runter? Wenn er irgendwie da hochkommt. Glutonallergie? Wir haben nur 5 Sekunden. Oh, sorry. Ich kann nicht mehr. Äh? Wo ist das Brot hin? Brot verloren oder nichts? Das ist ein Böd. Das ist Brot unterwegs verloren. Die behindert das denn? Liegt das an der Boden auch da oben? Ich bin schnell. 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 Das Brot echt vergessen. Das ist doch bescheuert. Also gerade eben eigentlich. Das ist irgendwo verloren. Oh nein! Das ist doch ein Brot hin. Ist doch noch ein Brot hin. Da vorne. Nein. Oh nicht. Nein. Das brauche ich. Oh. Ich bin gescheuert. So, noch einmal. Mal. Ach, Mann. Das kriegen wir aber schon wieder hier. Die beste. Die beste Tasche. Dann geht's. Ich bin schnell. Die beste Tasche. Wenn du ein richtiges Wissen bist. Dann willst du die Böse mit dem Gäste. Das ist mir. Oh. Ich habe eine Wissen. Ich habe eine Zeit Stütte. Ich habe eine Zeit auf dem Weg. Ich habe eine Zeit. Ich habe eine Zeit. Ja, warte mal. Oh, warte. Oh, Mist. Nein. Das schmeckt gut! Ich habe den Geist und die Lurks und ich habe eine Sache für Kürze. Das gibt's doch gar nicht, ey. Mein Gott. So, nochmal. Das ist echt blöd gerade. So. So, wo war das kochende Ding da? Da rennen wir schon hin, bring das Ei hoch. Wir schaffen wieder schneller jetzt. So, sollt ihr schön kochen? Was ist das Geräusch? So, roten wir mit. Oh nein. Oh, komm schon. Mal mit dir. So. 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 Ja, daran erinnern ich mich auf jeden Fall. So. 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 Wie muss ich jetzt hin, damit ist der gut, na? Okay. So, war die Grende. Das Brot können wir schon mal hinbringen. Das Ei ist auch fertig. Was ist das hier? 5 Sekunden mehr. Oh, Entschuldigung, ich habe es. So. Okay, und jetzt brauchen wir noch die Erdbeere, die pürieren wir jetzt nochmal. Wo war das Püriering? Da. Und hier ist die Erdbeere. Oh nein. Oh, komm schon hoch. Perfekt. Ich bin vor allem. Ich habe einen Schlagern in derронen. Was ist die Gute? Das ist die Lage? Das ist das, die wir dann. Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt dabei. Das ist wirklich gut. Ich bin jetzt der einen Spinn aus. Ich bin noch nicht so. Ich bin jetzt der Spinn des Spinn. Ich bin jetzt sicher. Das ist sehr gut. Das ist ein guter. die tasche noch platt machen wir nur kleine geschichte drin das dauern das ist die karriere so lange ja noch etwas einsammer hier sogar nicht mehr so viel zeit aber das ding ist auch fertig sein doch nicht mehr lange was unterholen Machen wir das mal schnell. Oh, ist fertig. Wir kommen. Guck mal. Nein, was ist denn da los? Verbindung zum Kontroll. Das habe ich schon ein paar Mal. Und ich verstehe den, ich verstehe es nicht, warum der immer die Verbindung verliert. Tut mir leid, warte mal. Komm wieder. Oh. Oh, komm schon. Wollen wir das Zeug holen? Warte, hier ist sie okay. So. Der Matsch einfach ausgekippt ist ja auch geil. So. Bin gespannt, was jetzt da rausgezaubert wird. Uh-oh. Ja, schon ganz gut. Ach so, kriegen wir alle, wenn wir drei Gerichte machen müssen, ne? Ja, guck mal. Das ist schon mal gut. Oh. Oh. Wunderschöne Werbung. Okay. Wunderschöne Werbung. Hammer. Mein Baby. Ah, komm schon. Komm schon. Ja, das war's, glaube ich. Oh. Ja, so schaffen wir das. Gut. Das letzte Gericht machen wir aber jetzt in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, ja, bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020